jo leute und herzlich willkommen zu einem neuen video von mir dem bene ja ähm ihr seht mich hier schon cat goes vishing mal mit facecam so facecam go yeah nein ja ich weiß nicht ich mache es einfach mal mit facecam einfach so einfach nur zum tasten zum tasten als ob ich das ja würde ich sagen nach einer langen zeit mal wieder eine kleine saftige cat goes vishing folge und gratis nacht ein tag wird muss ich was so leute da bin ich wieder ich hoffe die musik ist nicht so laut ich habe geguckt da ging es eigentlich aber ich hoffe wirklich die ist nicht so laut jetzt habe ich die nacht eigentlich weil verpeilt dies wird ich hasse grandpas immer noch wirklich die guten alten grandpas nein schade dass ich die nacht jetzt so verplämmert habe aber nacht ist sogar recht cooler ich hatte bin ich blöd ich hatte fast noch nie nacht und wenn ich jetzt einmal die chance habe habe ich damit verbracht um töne aufzunehmen und nicht mal mich fixiert auf fische fangen egal schwamm drüber schwamm wir einfach schwamm wir einfach drüber schwamm wir einfach drüber so also hat sich jetzt bestimmt übersteuert finde ich gut ich kann hat glaube ich nichts geändert so ich weiß ganz nach draußen um zu luxen ob da jetzt coole fische sind weil er gab es auch so ein kreis glaube ich ich habe so lange cat goes fishing gespielt ich habe so lange cat goes fishing ich habe so lange nicht mehr cat goes fishing gespielt ich habe alles vergessen alles applaus an mich so alter wie lange fahre ich dann raus wie weit kann ich rausfahre ich habe noch ein kästchen frei ah ah der fisch wird weggeworfen das irgendwie voll qualvoll ah nein da unten sind kleine fischis fischis mann der ist doch blöd ich hau ihnen köder vor die nase und der was macht der haut einfach ab der will mich nicht wo sind denn die jetzt ah nein zu hoch komm fischi yeah yeah oh komm einer von euch komm schon komm schon komm schon yeah hey thank you lou thank you lou thank you your little bastardos ich hab grad voll auf meine tastatur gespuckt ach ne nicht die schon wieder verpiss dich bloß verpiss dich bloß dich will keiner nein nein dich will keiner wirklich nö hä hä oh da ist es alter ist so schön jetzt kann ich angucken alter habe ich alle noch nicht aller aller habe ich alle noch nicht gefangen geil 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 was war denn das oh sorry aber musste sein ich bin auch so gut alter im zwischen wirklich genauso wie in real life ich muss euch jetzt eine kleine real life story erzählen wir waren mal in der türkei fischen mit unserem vater und ich bin so gut hab so einen fetten fisch oder einen stein dran ich weiß nicht was es war auf jeden fall irgendwas richtig gezogen und dachte so ja papa papa komm her ich wusste halt nicht wie es geht weil ich bin ich war noch viel kleiner als jetzt und ja dann ist meine angel in der mitte durchgebrochen gut gemacht also das war so gut wie noch keiner auf der welt je war wirklich wettig also nein oh alter schock mich nee nicht die großen roten ich hasse euch ich hasse euch alle alle ich bin deprimiert wirklich ja und als ob die da jetzt sind nee nee alter die wollte ich fangen leute diese feuerfische oder feuerfisch ja oh new upgrades unlock it unlock it und und Ich glaube, ich kaufe das als nächstes Ja, mach ich Habe ich gerade dumm genug geguckt Für euch Wenn jetzt jemand kommt, ich hau ab Wirklich, ich hau ab Nope Nein Nein, Spaß, Leute Aber, oh, Mann Das ist doch kacke So kurz davon Da kommt der Penner Und frisst mir einfach Ja, jetzt bist du endlich weg, du scheiß Fisch Ich mach dich jetzt zum Köder, Alter Wirklich Und blub ist ein Köder Blub ist ein Hakede Hakede Küder Oh, nein, nicht, nicht Nein, 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 nein Nein, 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 nein Scheiße, scheiße Scheiße Ok, dann komm halt her Dann wenigstens dich Ich war eh viel zu hoch Was bringst du denn? Bringst du wenigstens was Gutes? Ja, du bringst was Gutes. Oh, die muss ich öfters fangen. Ja, 25 bin ich schon. Meine Stimme. Die wollen mich wirklich verarschen. Also wirklich verarschen. Der bringt schon viel. Wie viel kostet denn das Angel-Upgrade nochmal? Oh, das ist doch kacke. Hit. CTRL. To flick the line Towards the mouse If he's Snagged The mani break the line Um I don't know. What do you think? The mani break the line Nein, was war das? Was? 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 Hä? Ich check mein Knife grad irgendwie nicht. Dann du, dann versuch ich das jetzt mit großen Engel halten. Äh, mit großen Ködern. Hä? Sorry, dass ich grad so ruhig war, aber ich komm grad wirklich nicht auf mein Leben, Clan. Wirklich. Zuerst, Alter, alles, alles. Bis jetzt ist schief gegangen, um sie zu fangen. Hä? Was? Was? Was ist mit dem los? Was ist mit dem falsch? Das ist doch ein großer Köder. Komm. Hier, 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 hier. Hier, komm. Hä? Hä, kann man die... Kann man die gar nicht so fangen? Da muss ich jetzt hier durch die Gegend streifen gucken, ob ich irgendwas anderes finde. Die, Alter, die mit ihren Kack-Extra-Wünschen hier. Obwohl, wenn ich's hochziehe, dann behalte ich... Hoffentlich ist jetzt kein... Oh. Wenn ich's hochziehe, ja, behalte ich... Äh! Was war das? Da fang ich halt noch so einen roten, wenn's geht. Oder so einen lilanen. Mir egal, dann sollen die Kack-Feuerfische sich halt verpissen, wenn die mich nicht wollen, Alter. Weg damit. Ah, hier, du da, du da, hier. Komm. Komm. Mann, ist der blöd? Jetzt. Fein, fein, feiner, feiner Bubi. Hoffentlich bringt er auch viel. Nicht, dass er jetzt nur 3000 oder 4000 oder so bringt. Oh! Passt eigentlich. So, jetzt geh ich wieder zurück. Dann sehen wir uns nach einem kleinen Schritt wieder. Ciao, bis dich! So, Leute. Hier bin ich jetzt wieder. Kack-Extra-Wünschen. Weitermachen. Ich will jetzt was machen. Und zwar... Aber in die Tiefsee sinken... Vielleicht kacken, oder... Meine Damen vielleicht halt ein Luchx-Enough... Oder es gibt jemand lieber. Luchx-Enough... Ich hab ein Licht nehmen sollen. Was das? Was das? Oh! Nein! Oh! Die fetten Koi! Koi-Männer! Komm, 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 komm. Koi-Männer-Koi-Männer. Koi-Männer-Koi-Männer-Koi-Männer-Koi-Männer-Koi-Männer-Hoch-Koi-Männer-Koi-Männer-Komi-Männer-Ko-Männer. Was mache ich hier eigentlich? Ich will halt die Kolmänner unbedingt haben, Leute. Hm. Was? Was? Hush! Hm. Da muss ich jetzt weiterwerfen, Alda. Alda! Alda! Muss ich hier weiterwerfen, ey. Muss ich jetzt weiterwerfen, ey. Muss ich jetzt weiterwerfen, Alda. Und, hat man mich gut gehört? Ich hoffe schon. So, du Kack. Kackding. Und, jetzt testen. Ich hab's irgendwie noch nicht so verstanden mit diesem Power-Up hier. Und wenn ihr meine Maus seht, ja. Das neue. Ah! Wow! Boah! Alter, den! Den suche ich die ganze Zeit jetzt. Saufi. Wert. Ich flippe aus. Ah! Von unten kam und meinen Fisch abgebissen hat. Ich hoffe. Ich bete. Wow, 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 wow. Ja! Gehen auch. Die gehen auch. wirklich alter neise, neise, neise scheiße die sind auch gut die die sind noch mehr wert, äh, dann nehm ich die, alter nein, nein was ist das denn oh mein gott, was ist geschehen ich bin enttäuscht da kommen mir die tränen, alter wirklich ja, was soll ich scheiße, alter ja, ich bin so dumm warum, warum wirklich was mach ich eigentlich für ne kacke hä geht halt weg ne ne also wirklich ne ne ich bin so wie soll man sagen untalentiert oh, jetzt kommt nicht mal ne geht weg jetzt kommt nicht mal äh, was ist das ach, die kleinen kackeierköpfe da oh, cat goes fishing bestraft mich grad echt, glaub ich wirklich ich glaub, cat goes fishing denkt sich grad ja, den brauche ich keinen den penner weg damit mit, ey dann hier ein von euch hier oh was 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 das denn, alter oh, 11.000 so wenn jetzt kein medium kommt wenn jetzt kein medium kommt nein, wirklich äh oh äh Wirklich, Alter, wirklich Ich versuche jetzt noch einmal Einen guten Fisch zu fangen Und danach beende ich die Folge, wirklich, Alter Wirklich Wenn ich jetzt keinen guten Fisch fange, bitte Den Coin nochmal, bitte Bitte, ich frehe den Gott an Da habe ich 260 oder so 260.000 meine ich Da ist er Mann, nein, komm schon Irgendwas haben die mit Medium Fischen geschrieben Wenn der jetzt davon abbeißt, ich flippe aus Ich flippe, ne, wirklich, wirklich Oh, ich kann die gar nicht fangen, glaube ich Ich habe gar keinen Köder Wirklich, ich flippe aus Jetzt habe ich mich getäuscht, Alter Ganz ruhig bleiben Tief ein- und ausatmen Dann wird alles gut Da, nein, der ist zu groß Scheiße hier, Alter Ich flippe aus, ey Ich flippe aus Mann Jetzt habe ich mich sogar noch verschluckt, ey Oh, hier muss irgendwo der Hä, kann ich den so catchen? Ne Hier muss irgendwo der Schwertfisch kommen Wenn ich den kriege Ich freue mich über alles Über alles, wirklich Oh Da ist er Nein, was macht er denn? Komm, komm zu Papa Nein, komm schon Bitte Bitte Nur ein einziges Oh, Leute Bitte Wo ist er? Wo ist er? Er ist weg Er ist weg Ich finde nicht noch Da Da bist du Da bist du Yes Ja Oh, Leute Schwertfisch Schwertfisch Oh, yes Oh Oh Der war mal 400.000 wert Hä? Der war wirklich mal 400.000 wert War das ein Event oder so? Ah, egal 180.000 geht auch Wenn ich mich nicht ihr Wenn ich jetzt nicht falsch bin Dann war der doch mal 400.000 wert, oder? Keine Ahnung Keine Ahnung Aber auf jeden Fall würde ich dann sagen Das war's mit dieser lustigen und geilen Folge Kalkos Fishing Wenn ihr mehr sowas sehen wollt Dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da Und wenn ihr keine Ahnung, weil die Videos mal verpassen wollt Sprengt den Abo-Wappen Macht den richtig ab Und dann würde ich sagen Bis zum nächsten Mal Ciao, Leute Yeah Was ist das denn? Oh mein Gott Was ist geschehen? Es leht Es leht Ich will nicht, dass es leht Wenn es leht Dann Muss meine Masse Lange warten Ich will mich warten Ich will jetzt auf den Wäge mir liegen Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal ARD Text im Auftrag von Funk